Hier in der Driburchtherme fühle ich mich aus dem Grunde wohl, dass es ein ganz kurzer Anreiseweg ist vom Brackel. Die Entspanntheit hier. Man kennt hier schon die Leute, die auch regelmäßig kommen und es ist, so sage ich immer meiner Frau, ein richtig kleiner Wellnessurlaub. Zwar kurz, aber effektiv. Ja, mein Lieblingsplatz, da stehen wir gerade davor, das ist die 90 Grad Sauna. Die bevorzuge ich einmal wegen der Größe, aber auch weil halbstündig hier Aufgüsse gemacht werden. Und man hat neben diesem Entspannungsgefühl diese geführten Aufgüsse, die dazu beitragen, dass man ein richtig Wohlgefühl bekommt. Ich habe abends, wenn ich hier weggehe, das Gefühl, dass ich ein ganz neuer Mensch bin. Vielen Dank.